Anweser heute spielen wir um sie das ist unser erstes Display mit auf jeden Fall steht es auf unserer Webseite PC Gamer LP 13 PC Gamer LP 2013.jumdo.com ich habe mal wieder jemanden mitgebracht das heißt mal wieder heute das erste Mal hallo ja hallo ich bin der erste wir fangen heute mit uns an und zwar im Grunde ich erkläre mal kurz schnell wir machen 10 Minuten da muss ich das Video speichern drücken jetzt einfach Alt und auf New zur Steuerung werden wir irgendwann später kommen wahrscheinlich also in den nächsten drei Parts hoffentlich dann werde ich dann werde ich später noch ein WI Let's Play für euch machen zu verpassen ein WI ein WI für WI du musst es hinkriegen ja ich muss wahrscheinlich irgendwie Bücher stapeln oder so das war das alles schlimmste naja dann würde ich ein Let's Play Minecraft machen ok er wird ein Minecraft Let's Play machen wo ich ab und zu mal kommentieren werde dann werde ich ein News von Mario Bros. 3 Let's Play machen aber da Stanley ganz ganz woanders wohnt als ich werde ich da alleine sein und ähm ja gut wir nehmen heute einen Add-on Bus ähm ich weiß das ist echt nicht vorbild für mich aber ja egal wir fahren jetzt einfach mal ein äh einmal hinfahrt und dann äh sagen wir Tschüss zur Steuerung kommen wir dann in den nächsten Part keine Ahnung vielleicht kommt der sogar heute noch weil wir haben ja nicht wirklich viel zu tun und das denke ich kommst du eigentlich um 18 Uhr wieder on? vielleicht ok also dann haben wir hier die Außenfränktüren nehme ich einfach mal den das ist der ähm O405N2 ähm mit Außenfränktüren ja mit Außenfränktüren von Julien mhm aus dem OMSI Forum alles verlinkt auf unserer Webseite pcgamerlp2013.com alle Webseiten alle Webseiten äh ja genau die Webseite werde ich nochmal unten in der Beschreibung verlinken ach echt? du brauchst es aber lang ach gut ok deswegen ja also nein hier wollte ich eigentlich gar nicht starten ich wollte Frank nur starten danke so wir haben hier unseren tollen Bus und wie gesagt zur Schleifung komme ich im nächsten Parlor Stanley wird jetzt kommentieren wir machen das ganze per Skype also nicht wundern du hast jetzt jeden das Seel ne? keine Ahnung und Spaß so 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 20 Minuten also 9 9 9 9 10 so oh oh mein Gott 3 3 3 4 bis zum Tod 9 9 6 jetzt kommt die Leute 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 7 11 12 13 15 16 15 20 14 14 15 20 wir werden so spielen dass Stanley unser Kontrolleur ist ich mach mal kurz die Heizung raus dann kontrollier mal alle ja guten Tag die Fahrschein bitte ich mach mal die zweite Tür auf oder haben alle Fahrschein ja alle Fahr Domi fahr naja die mach ich ja schon dann bist du irgendwie langsam ne so schnell fährt ihr eigentlich schon und wir fahren gerade 30 ja 28 kommen wir mit 7 oder? ja wir werden schneller echt krass hallo ja servus wir fahren 42, 43, 44, 45 da hat jemand gedrückt krass gibt's ja gar nicht achja ich hab ja die ganzen Sonderansagen vergessen ja ja jetzt stopp mach ich stopp dann mach ich jetzt mal ne Sonderansage wir steigen ja da steigen wir noch rein da steigen nicht noch ist naja wir sind ja alle aufgestiegen Kontrollier mal, ob alle einen Fahrschein haben. Habt schon gute Leute. Mach trotzdem nochmal. Ich hab nichts dabei sein. Du? Ich fahr Karte bitte. Hä? Hm? Hm? Problem? Ich hab mich schon wieder gebraucht. Boah, wer ist der Scheiße. Upsi. Geil, wir fahren geil. Ich mach noch nur so ein Landau. Weiter. Da hat doch jemand gedrückt. Krass. Wir haben schon fast 10 Minuten. Ja. Ja. Ich hab mich damit abgeliebt. Ihnen noch zwei Haltstelle. Ja. Boah. Es ist eine sehr kleine Web. Stanley, du musst jetzt relatieren, denn ich fahre. Ja. Ähm. Das Wegshaltstelle ist Bahnhof. Da hat schon wieder einer gedrückt. Ja. Was fällt mir noch ein? Ja, die Autos sind eben alt. Bessos alt sind. Keine Ahnung. Nein, Spaß. Also das ist halt als Spiel. Also schon neu. Fährt war neue Schienen. Aber wir sollen dann halt so. Also Zeit spielen. 1989. 89. Oder 88. Kein Plan. Und jetzt ist nicht einer auch gesteckt. Ah, fast 10 Minuten, ja. Ja. Aber das ist bei der Sonderanzacke nicht so in dieser Haltestelle, zum Beispiel in dieser Haltestelle fährt die Espanne oder so. Und später, bei der Matrix, der Stadt als Neutspitze Bahnhof. Und S-Pan. Genau. Weltwunder. Wir sind drinnen. Also nächster Haltestelle ist Bahnhof. Bahnhof. Bahnhof, habst du gesagt. Aber es ist irgendwie irgendwie irgendwo so. Keine Ahnung, die gibt es hier. War logisch. Ding. Also. Und das ist jetzt. Das ist Enthaltestelle. Wir steigen alle aus. Weltwinne bleibt keine Schläge von mir. Terminal stopp. Dieser Bus endet hier. Bitte alle Fahrgäste aufsteigen. This bus tolerance is here. When leaving the bus, please come sure that you take all your belongings with me. Auf Wiedersehen. Take care and goodbye. Warte, Stella. Ich möchte jetzt mal was Bescheides machen. Jetzt sind wir ruhig, okay? Warte. Mir fällt jetzt gleich ein. Ah ja, genau. Ah ja, genau. Ah ja, genau. Ah ja, genau. Das fiat. Also. Früher. Was. Das war. Oh nein. Hintertale Redeust. Das war. Was. är. Ich mache. отив شör. Vielen Dank.